Immer wieder toll, dieses mobilen Wanderklos. Hei, hallo! Guten Morgen! Ich bin mal wieder ein bisschen unterwegs und nehme euch gleich mal mit hier. Heute Sturmwarnung in Hessen. Bisher kriege ich davon aber noch nichts mit. Ist eigentlich noch relativ ruhig, es regnet gerade auch nicht. Das ist sehr gut. Da kommen gerade Autos. Das nächste Auto. Gucken wir hier hin. Vorne ist auch ein See, der Vordersee. Jetzt reicht es aber. Wo kommen die denn überall her? Gibt es doch überhaupt nicht. So, da vorne ist der Vordersee. Vielleicht laufe ich da auch mal hin. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, der ist gerade mitten auf der Straße rum. Ich gehe, glaube ich, mal lieber auf die Seite. Das ist so wunderschön hier. Was wollte ich erzählen? Ich habe gestern oder die letzten Tage viel mit mir gekämpft. Innerlich. Also jetzt nichts Schlimmes oder so. Aber ich war letzte Woche mit meinem dahingerotzten Video überhaupt nicht zufrieden. Ich war ja letzte Woche in der Rhön unterwegs und habe öfters versucht ein Video aufzunehmen. Ich wollte eigentlich über Peinlichkeiten sprechen. Über Scham. Über Sachen, für die ich mich schäme aus der Vergangenheit. Oder über peinliche Situationen, die man erlebt. Aber ich kann da überhaupt nicht. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und was dann übrig geblieben ist, war dann nur durch das hingerotzte Video im Auto. Sehr, sehr schlecht. Ich bin mit meiner Qualität, mit der Qualität meiner Videos. Was ist das hier für ein Weg? Interessant, interessant. Überhaupt nicht zufrieden. Die Qualität ist zu schlecht. Ich kann mich nicht gut konzentrieren beim Erzählen. Wenn ich ein Skript schreibe, wirkt das alles abgelesen. Also ich habe große Selbstzweifel, was das angeht. Meine Videos. Keine Ahnung, ich bin unzufrieden. Und habe überlegt, ja gut, ich lasse es jetzt sein. Für dieses Jahr mache ich erstmal Pause. Ich habe die Nacht jetzt nicht so viel geschlafen. Vielleicht auch deswegen. Weil ich das dann noch hinter mir lassen wollte, erstmal Abstand gewinnen. Aber jetzt wollte ich heute Morgen doch irgendwie nicht. Ich hatte den Drang rauszugehen und ein Video aufzunehmen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Aber was soll da mal rumkommen, das wird sich zeigen. Ich habe eigentlich noch genug Themen, die ich bearbeiten möchte. Ich habe natürlich jetzt meine monatlichen Filmtagebuchvideos. Ich habe diesen Monat auch schon wieder relativ viele Filme geschaut. Aber ich verliere jetzt auch langsam wieder die Begeisterung und die Lust daran, Filme zu schauen. Oh, ich kann ja außen rumlaufen. Na gut. Heute Morgen habe ich heute Morgen, wie gesagt, nicht viel geschlafen. Ich war um 2 Uhr wach, um 4 Uhr wach und um 5 Uhr bin ich aufgestanden und habe erstmal einen Film geguckt. Gravity. Und jetzt haben wir, keine Ahnung, kurz nach 8 Uhr. Und ich bin unterwegs. Und in Bad Sturmwarnung habe ich ja schon erwähnt. Aber hier ist das hier schön entspannt. Nicht so wie letzte Woche, da hat es ja nur geregnet, bis ich dann zu Hause war. Dann wurde es auch schön. Dann hatte ich auch die Schnauze voll. Naja. Gravity ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Optisch sehr beeindruckend. Die Story hat mich nicht ganz mitgezogen, obwohl sie sich auf ganz, ganz wenige Charaktere beschränkt. Ich fand ihn gut. 7 von 10 würde ich geben. So in etwa. Aber wie gesagt, momentan kann ich mich auch nicht mehr ganz so für Filme begeistern. Ich glaube, ich schraube das jetzt deswegen mal ein bisschen wieder zurück. Lasse es erstmal ein bisschen sein. Und ja. Darf ich hier auf die Wiese laufen? Ich denke schon. Ich war hier Ewigkeiten nicht. Früher war ich mit Freunden, die mal schwimmen. So ein, zwei Mal. Aber ich war ja nie so der größte Schwimmer oder Schwimmbadgeher. Das ist nicht so mein Style gewesen. Das war ganz schön. Dann bin ich da drüben geparkt auf dem anderen Ufer. Im Sommer ist ja auch relativ viel los. Schlauchboot fahren und ein bisschen schwimmen. Sehr cool. Hier im Togelsbergkreis. Oder ist das noch Kreis Fulda? Ich weiß es gar nicht so genau. Das Pogelsbergreis wird wohl immer wieder in der Wiese auf der Wiese zu sehen. Immer wieder auf der Wiese. ich dachte hier stehen die badewägeln aber hier steht ja gar nichts ich glaube das ist ja ein baggersee ich kann mir nicht vorstellen dass das natürlich entstandener see ist weil wie wir ja schon bei dem kathuser seeloch gelernt haben gibt es ja in hessen gar nicht so viele ganz natürliche sehen so ist das halt vorsicht plätschern ängstchen nein ja auch inseln also so ein paar bäume die da hier ist das haus vom bademeister oder schwimmmeister heißt es glaube ich offiziell habe ich in dem eher nicht so guten film beckenrand sheriff gelernt also themen habe ich eigentlich noch wie gesagt meine filmtagebücher wenn ich jetzt die letzten 142 filme gucke es ist natürlich schwierig zu jedem film noch was zu sagen ich möchte die videos auch nicht zu lange machen und wenn du so viele filme guckst dann kannst du dich auch nicht mehr an alles erinnern also ich kann mich schon oder in in so einer kurzen zeit das alles zusammenzufassen und ich möchte das am liebsten in einem stück machen in einem rutsch damit das irgendwie einen gleichen rhythmus hat oder einen style der zusammenpasst dann möchte ich natürlich noch ein eher informativeres video machen über streunerkatzen über kastration das ist wie viele katzen mittlerweile abgegeben werden oder haustiere allgemein natürlich viele leute haben weniger geld aber dann lasst doch eure katzen wenigstens kastrieren dieses leid was da abgeht ist schwer zu ertragen wirklich schwierig dafür müsste ich aber mal wirklich recherchieren und mir einen plan machen und nicht einfach irgendwas dahin labern so wie ich das jetzt hier mache da drüben steht auch ein wohnmobil da hinten ist auch eine entenfamilie aber dafür bin ich zu weit weg schwimmen ist hier verboten ich weiß jetzt nicht ob das allgemein hier an dem see mittlerweile verboten ist früher war es zumindest noch erlaubt aber vielleicht hat es auch nicht für den gesamten see gegolten keine ahnung ok jetzt hat es doch ein bisschen zum regnen angefangen kann ich mir mal eine kapuze aufsetzen ich glaube jetzt kommt jetzt zieht auch ein bisschen der sturm auf wird ein bisschen windiger ich dachte besser kommt ein auto aber es ist einfach nur der sturm der hier ein bisschen übers land fegt das sind feuerstelle oh das sind schwäne das ist wohl ganz so ja ja gut ich mach mal hin dass ich hier weiter sagen dass ich hier diese runde pack das war ja auch eigentlich das ziel dieses videos dass ich ein bisschen den sturm komme ein bisschen action entsteht ein paar äste auf mich fallen damit ich euch auch was bieten kann und nicht nur mein standard 0815 gelaber was ich sowieso jede woche auspacke wir brauchen action ein one shot first person action movie aufgenommen mit der smartphone kamera eines mittelklasse handys ja gut ein weiteres thema über das ich noch ein video machen möchte das habe ich aber auch schon ein paar mal angesprochen in verschiedenen videos ist der umgang der menschen untereinander vor allem im internet social media was ich da gelesen habe in der letzten zeit oder in den letzten jahren auf facebook das kannst du dir echt nicht geben natürlich gibt es auch gruppen oder seiten wo es nicht ganz was schlimm ist aber das ist echt trollen die leute nur natürlich erkennt man manche trolle erkennt man natürlich gleich aber oftmals ist das einfach unglaublich die leute können sich nur noch gegenseitig abfacken und angreifen und fehler bei anderen suchen und nur auf ihre meinung bestehen ist ja auch okay aber auch sie wollen ja keine andere meinung mehr hören oder twitter oder ex wie das jetzt heißt das kann es dir ja gar nicht geben ich finde das unterhaltsam und installiere mir die app auch manchmal ich schreibe da eigentlich nie was ich lese da immer nur und nach ein paar tagen muss ich die app wieder runterschmeißen dass ich da gar nicht erst drauf gehe weil das macht einen ja einfach nur fertig im kopf wie toxisch das ist wenn ich das wo toxisch nicht mache überhaupt nicht so richtig stürmt tut es noch nicht aber stürmt im internet instagram okay instagram mag ich ja auch nicht mehr das ist viel zu oberflächlich ich will da nur noch Bilder sehen und ich sehe aber die Kamera ist immer noch so geht es wieder ne und ich sehe da nur noch diese komischen Reels ich will auch diese Shorts Videos nicht sehen ich will keinen TikTok haben habe ich auch schon ein paar mal erwähnt es gibt natürlich gute Shorts Videos aber fuck das ist nicht gesund deswegen mache ich sowas auch nicht mein Kanal wächst ja auch nicht sonderlich vielleicht bin ich einfach nicht unterhaltsam ich gebe es zu die Video Qualität ist bei mir auch nicht das Beste ich bin nicht strukturiert genug ich bin nicht lustig genug ich habe Selbstzweifel aber dafür bin ich am Vordersee und das ist echt schön sauber naja ich bette nicht um Likes ich sage nicht dass ihr abonnieren soll obwohl eigentlich könnte ich das ja mal machen also wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt wäre echt nett wenn ihr mich mal abonnieren würdet wenn euch das interessiert ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar da lassen da freue ich mich und ihr könnt das Video natürlich auch Liken und das Abo ist natürlich kostenlos das ist auch ein richtig dämlicher Satz natürlich ist es kostenlos obwohl mittlerweile geht es ja so weit dass ähm viele auch dieses diese Mitgliedschaften anbieten also sozusagen ein ein Pro Abo mit Zusatzinhalten oder dann werden aber auch immer Emojis oder irgendwas angeboten das habe ich sowieso nicht verstanden warum soll ich dafür Geld bezahlen natürlich gibt es auch Videos nur für Kanalmitglieder und ich kann es auch verstehen dass Leute das anbieten die wirklich viel Energie und Zeit da rein investieren dass die auch was zurück haben wollen ja aber die dürfen aber auch nicht rummeckern wenn sie damit zu wenig Geld verdienen weil dann reicht es eben nicht dann ist es halt einfach so es gehört halt einfach auch ein bisschen Glück dazu zur richtigen Zeit an einem richtigen Ort zu sein um mit sowas Geld zu verdienen es geht ja mittlerweile auch so weit dass viele richtige Studios haben so YouTuber Kollektive oder auch einzelne YouTuber die das richtig professionell machen da werden aber auch teilweise so Gaming Shows veranstaltet ich denke mal es lief früher auf keine Ahnung auf auf Tele 5 oder so oder TM3 wenn du einfach nur irgendwelche Gaming Shows aus den 90er anfangs 2000er kopierst und für mich ist das kein kreativer Inhalt ist das was ich hier mache auch nicht aber ich habe ja auch kein Studio hier sind schlechte Schleichfaden sowas mag ich ja da gehe ich aber lieber nicht runter weil ich muss ja die Kamera festhalten und da habe ich nur eine Hand frei das ist mir zu Risiko behaftet nein nein das lassen wir heute sein wie gesagt viele sind mittlerweile zu abgehoben früher hat mir YouTube auch besser gefallen war natürlich nicht die Qualität da es war alles amateurhafter aber es war auch herzlicher und was ist noch nicht ganz so viele Idioten jetzt haben wir leider nicht mehr so schön die Sonne am Horizont dass ich hier ein geiles Sammel aufnehmen kann aber immerhin so die Hälfte haben wir schon geschafft das Video wird wieder viel zu lang oder ich muss viel schneiden ich bin ja immer ein bisschen schneidevoll ich würde sagen ich müsste keinen Müll aufheben heute aber hier liegt was das Video wird wieder viel zu lang ach komm lass ich es liegen ja tut mir leid ich habe was dabei zum Müll aufheben ich weiß es gar nicht also Müllbeutel habe ich auf jeden Fall im Rucksack die habe ich fast immer dabei ich weiß gar nicht ob ich Handschuhe habe obwohl das könnte ich auch ohne Handschuhe aufheben aber das könnte ich einfach so in die Tasche stecken ach komm ich nehme das jetzt mit das finde ich es nicht mehr so maximale Belastbarkeit 110 Kilo Anglerschuhl made in China ich fühle mich momentan nicht wohl auf meinem Kanal ich bin natürlich froh manche Videos kriegen für meine Verhältnisse relativ viele Klicks das freut mich aber ich glaube das reicht dann auch nicht um mich zu abonnieren deswegen ich weiß auch nicht ich mache das natürlich auch größtenteils für mich selbst ein bisschen das freie Sprechen zu erlernen was nicht meine größte Stärke ist jetzt habe ich den Faden wieder verloren ich glaube das reicht doch für heute was soll ich denn noch groß erzählen ich habe viele Themen angesprochen nicht so richtig alles ein bisschen angehakt ich habe heute mal ein Video gemacht ich bin hier noch rund um den Vordersee gelaufen das ist doch auch ganz schön tue die Hand vor der Kamera weg führe mich jetzt noch ein bisschen selbst drehe mich ein bisschen versuche weiter raus zu gehen halbwegs gute Videos zu auf die Kamera zu drehen Kameras zu produzieren wie auch immer vielleicht kommt auch mal wieder ein Cleanup irgendwann kommt auch mein Anfang September nein Quatsch wir im Oktober Anfang November kommt mein Film Tagebuch Oktober heute gucke ich keinen Film mehr heute werde ich vielleicht ein bisschen Xbox spielen oder irgendwas in die Art drehe mich noch ein bisschen im Kreis wünsche euch ein schönes Wochenende bitte abonnieren teilen liken und so weiter kommentieren bis bald schönes Wochenende bye bye ich habe meine Runde fast geschafft es ist ein bisschen windiger geworden aber der Regen hat wieder nachgelassen ich habe noch ein bisschen Müll gefunden Prost Leute da ist die Brücke hier ist der See und ich habe noch mehr Müll gefunden die Flasche war sehr gut getarnt eben Bardao echt Tschech Alter dann nimm die Flasche doch mit so ich habe jetzt ab das ist eine Dose aber da komme ich nicht ran Privatkumpfstück naja reicht ja auch ey warte nehme ich mit das war ganz hier bettone Vielen Dank.